Hey Freunde, heute zocken wir mal eine Runde Hunger Games auf dem Mojang Minecrafter Server. IP ist in der Beschreibung und wir sehen uns gleich, wenn es losgeht. Und da geht es auch schon los. 3, 2, 1. Kiste, Kiste, Kiste. Eisenschwert. Wow, okay, richtig gute Runde. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Essen, aber das finde ich hier, denke ich, genug. Hammer, Pfeiler habe ich auch schon. Fast komplette Ausrüstung. Und hier auch noch. Das ist Hammer. Okay, dann renne ich schnell mal hier zurück. Gut, ich denke, die haben hier schon alle Kisten. Das heißt, das ziehe ich mir an, das ziehe ich mir an. Natürlich nehme ich Iron Chestplate, klar. Dann setze ich das hier hin. So, Ordnung ist das halbe Leben. Fast. Okay, ich darf jetzt nur nicht dem Typen mit der Dia-Axt begegnen, weil der ist auch relativ stark. Ich denke, ich suche mir irgendwo einen Platz, wo ich vielleicht auch gut Leute runterschlagen kann. Die wird wahrscheinlich leer sein. Ja, ist sie. Startet, drei. Grey Spirit is ended. Okay, Leute. Wo seid ihr? Ihr seid tot. So. Hammer's. Der nächste. Toll, wie ist der da rein? Wahrscheinlich hier vorne durch. Okay, five players remaining. Waren wir nur so wenige? Egal, da vorne ran welche rum. Fuck, it's lagged. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Kommt da jemand? Du bist tot, Junge. Was ist das? Die geht doch. Okay, jetzt soll ich jetzt schnell was essen. Okay, keiner kommt, keiner kommt, keiner kommt. Essen, essen, essen. Nein, 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 nein. Wow. Heftig, heftig. Oh mein Gott. Okay, regenerieren. Das läuft gut. Okay, zwei Leute. Das heißt, der Kondition war... Okay, geniale Runde. Aber es ist halt so, wenn man hier bei den Hunger Games das Eisenschwert hat oder eine Deer-Axt, hat man schon so gut wie gewonnen. Ich denke, das ist jetzt dieser Typ da draußen in dem Wagen oder irgendwas oder in dem Haus, wo ich vorhin war mit der Wolle und der Druckplatte und der Eisentür. Dann werde ich da wohl mal hinschauen. Da drüben steht da rum. Oh, er bewegt sich, er bewegt sich. Komm her. Wie heißt du denn? Da, Jonas. Ja, komm her. Okay, erstmal noch ein bisschen regenerieren. Kommt der rein? Kommt der rein? Ja, okay, er kommt, er kommt. Brauchst du noch rum? Nee, er kommt rein. Du bist tot. Und, komm schon. Yes. Und gewonnen. Ja, sehr gut. Aber es ist halt einfach so, entweder man hat das Eisenschwert oder nicht. Ja, sehr gute Runde. Und mal schauen, ob wir jetzt gleich nochmal so eine gute Runde haben. Oder einfach noch eine coole Runde. Also, bis zum nächsten. Okay, und nächste Runde. Immer noch auf dem Mujer Minecrafter. Und los geht's. Okay, ich hab Schwert, noch ein Schwert, noch ein Schwert, noch ein Schwert. Sehr gut. Okay. Dann hol ich mir noch ein paar andere Kisten. Die sind irgendwie alle in die Mitte. Ja, perfekt ist auch noch was drin. Hier. Pfeile. Habe ich... Oh, nee, habe ich nicht. Okay. Chain Helmet habe ich. Chain Boots. Okay, ich hab eine gute Ausrüstung. Aber geht natürlich besser. Aber immerhin. Iron Helmet. Da oben ist auch schon jemand. Okay, ich muss halt aufpassen. Es gibt halt auch Leute mit Eisenschwert und so. Schade. Okay, der hat... Dierschaufel. Ich bin mir nicht sicher, ob Dierschaufel und Schwert, ob man das irgendwie vergleichen kann. Aber ich würde mal sagen, dass Dierschaufel besser ist als Holzschwert auf jeden Fall. Steinschwert denke ich nicht. Aber so ein Holzschwert denke ich schon. Okay, Chain Helmet habe ich. Habe ich, habe ich. Passt. Kommt hoch. Domicus. Ich weiß nicht, ist... Ist... Dings vorbei? Junge, ich habe dir gerade ein Schwert gegeben. Siehste? Und schon habe ich einen Freund. Bitte hau mich nicht. Kommst du mit? Okay. Zusammen sind wir stark. Auf dieser Wallmap ist es aber auch echt schwer ohne... äh... Kumpel zu leben. Tja, Florian. Okay, von der anderen Seite. Okay, ist weg. Okay, essen, 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 essen. Wow, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, ja, passt, danke, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ist okay. Ist okay, danke, danke. Junge, passt. Lass uns töten gehen. Wie viele sind wir? Eins, zwei, drei, vier. Okay, zu viert. Okay. Also. Sind die... Da müsste ich einen Bogen haben. Okay. Ich lenke sie ab, ich lenke sie ab. Nein! Das ist doch mein Kumpel. Sauber. Ich habe ihn. Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Nochmal vollfressen. Was Besseres habe ich nicht. Yeah! Ja! Ja! Na klar, Entfalt. Auf geht's. Fuck, nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Ich werde eine bessere Rüstung, als ich es ihm daran sagen. Yes! Und wieder gewonnen. Gutes Team. Oh, ich rufe die mal an. Also bis gleich. Bis zum nächsten. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.